Sie kommen in eine Bank und möchten sich beraten lassen. Der Mitarbeiter hört Ihnen kurz zu, empfiehlt ein Finanzprodukt, verabschiedet sich. So laufen Beratungsgespräche oft ab. Aber es gibt auch eine andere Art der Beratung, die genossenschaftliche. Doch was ist der Unterschied? Wir Genossenschaftsbanken sind nicht irgendwo, sondern dort, wo Sie sind. Unsere Mitarbeiter kommen aus der Region, in der sie auch arbeiten. Vielleicht sind Sie Ihrem Berater vor dem ersten Beratungsgespräch schon mal begegnet, weil Sie in der gleichen Straße wohnen. Wir hören Ihnen nicht nur kurz zu, sondern nehmen uns so lange Zeit, bis wir Sie und Ihre persönlichen Ziele und Wünsche ganz genau kennen und verstehen. Wir sprechen mit Ihnen kein Fachchinesisch, sondern einfach verständlich und auf Augenhöhe. Denn wir möchten, dass Sie uns langfristig vertrauen. Deshalb können Sie Mitglied und damit Teilhaber Ihrer Bank werden. So wie bereits über 17 Millionen Menschen in Deutschland vor Ihnen. Vertrauen und Nähe sind also die Grundlage unserer genossenschaftlichen Beratung. Eine weitere genossenschaftliche Besonderheit, Transparenz. Wir sagen Ihnen in einem partnerschaftlichen Gespräch, welches Finanzprodukt zu Ihnen passt. Und wenn etwas überhaupt nicht Ihren Interessen entspricht, dann sagen wir das natürlich auch. Regionalität, Transparenz, Mitgliederverpflichtung, Vertrauen. Wie Sie von unserer einzigartigen genossenschaftlichen Beratung profitieren können, erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch in Ihrer Filiale. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020